Willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Minecraft. Diesmal mit einem etwas angeschlagenen Schnorrer, aber egal, wir ziehen das hier durch. Wir haben jetzt angefangen, hier die Wege zu bauen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, keine Sorte übrig, genau. Ähm, ich habe nichts überlegt. Theoretisch könnte man hier... Eigentlich könnte man sich das hier sparen. Auch da macht man doch lieber hier so ein bisschen weiter. So, es hat eben so, mein Gott. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es wieder vergessen. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Erde ablegen. Und dann... Jetzt lass mich rein. Können wir eigentlich uns mal wieder ein bisschen Malzen holen, damit wir die Kühe vermehren und entsprechend noch ein bisschen Leder kriegen. Ich frage mich gerade, wo wir hier noch ordentlich Sand herbekommen. Ist das Pferd im Feld? Und ja... So, jetzt... Gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, nein, raus hier Nein, ja, tschüss So, haben wir noch so ein paar Oh, ich dachte wir werden schon mehr wegschnitten Jetzt besitzen wir uns dann weiter wegschnitten Oh, bloß ab So, hier können wir schon mal runter Und zack So, hier können wir uns dann weiter wegschnitten So, kommen wir hier irgendwie noch rüber Ich glaube nicht Ich werde jetzt nicht wieder was kaputt machen Aber hier unten, komm rein So, hier können wir uns dann wieder wegschnitten So, einmal baden bitte So, hier können wir uns dann wieder wegschnitten So, hier können wir uns dann wieder wegschnitten So, ich glaube die Sonne geht unter Aber das letzte Ding machen wir ja auch noch fertig Verdammt, jetzt komme ich ja noch ein Feld höher So, hier können wir uns dann wieder wegschnitten Oh, verdammt Verdammt Das war jetzt eigentlich uncut Aber wir können jetzt mal oben So, hier können wir uns dann wieder wegschnitten Dann legen wir erstmal was ab. Die Blumen brauchen wir nicht. Das ganze Zeug brauchen wir auch nicht, zack zack und schon müssen nicht genug Platz sein. Uh, Schweinjabt. Okay. 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 So, schnell rein in die Bude. Und dann pennen wir ne Runde. Die Knochen brauchen wir auch nicht. Nichts, zack groß. Okay. 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 Ach du Scheiße. So Kühe. 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 So Kühe.